Hallo und herzlich willkommen zur ESL Masterschaft 2018! Und wir spielen ein, das erste Spiel, meine Damen und Herren. Applaus, meine Damen und Herren. Die Tengeness ist nicht da, zack. Er versucht auf die andere Seite. Kommt lieber zur Stelle, aber kann die nicht trennen. Vielleicht noch Killzone, der erste ist da. Argorin da im Argorind-Boot. Na, komplett zerstört. Und auch Wend, er wird hier nicht davonkommt. Schöne Reaktion von AEQ. Argorin traut sich da nicht weiter rein. Ab Röki kann man das nicht da geben. Er vielleicht noch vorne, aber der Stundenlass gut drauf reagiert. Argorin mit dem Stundenlass in der... Und Wend, der kann jetzt aufräumen. ESG nutzt die Fehler. Getroffen wäre es wirklich vorbei gewesen, Panda. Dazu ist der Wikinger nämlich eiskalt in der Lage. Oh, Vox, die bringt hier nichts, mein Sohn! Wo ist der Wurf? Oh, Panda! Ist immer auf Play! Der Turret ist... Oh, der probiert es! Shane Schley mit der Ulti, mit der Laser, dreht da durch, aber... Man kann sich mehrere Kills gönnen. ESG hier unachtsam geworden. Der Hook ist nicht schlecht. Zack, da geht der nächste auf Finnick. Der letzte über. Lebende gegen zwei. ESG beendet das dritte Game. Das ist souverän, meine Damen und Herren! Weine vor allem! Das ist ein Schicksal! Das ist ein Schicksal! Aber wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020